Bam, jetzt wird man Vater, man kriegt ein Kind so und das sind so Momente, wo ich zum Beispiel einfach mal gerne mit dem Nico connecten würde, der zu sehen, wie geht's dir mit diesen Sachen, was passiert gerade in deinem Leben. Yo Leute, ich bin's, Tim. Herzlich willkommen Freunde zu einer neuen Episode hier im Podcast. Heute mit Nico im Gespräch. Es wird eine wirklich sehr, sehr langweilige Episode. Ich habe am Ende einen kurzen Ausraster geschoben über einen kleinen Real Talk. Sonst hatte Nico einen tatsächlich größeren Redeanteil. Die Episode lohnt sich also auf gar keinen Fall bis zum Ende anzuschauen. Am 08.05. haben wir unseren Spring Sale. Es gibt von Ola Kalar nochmal von alten Kollektionen die Restausmistung, weil wir mit dem Lager umziehen. Schaut da bitte auf gar keinen Fall vorbei und macht dort auf keinen Fall Umsatz. Liebe Leute, es gibt sogar sehr, sehr große Rabatte, deswegen in diesem Sinne. Wir kommen zum Wetter. Wollte ich nicht reingerufen für das Interview? Nee. Ich will aber reingerufen werden. Sonst mache ich es nicht. Ähm, nee, ich habe, also worüber ich ehrlich gesagt reden wollte ist, was geht ab meine Freunde, ich bin's, Tim. Und heute bin ich hier mit meinem besten Homie, aka Inscope21, Nikolas Lazaridis. Komm jetzt, Bro, und lass uns ein. Sag, bester deutscher Entertainer. Ich bin hier mit dem besten deutschen Entertainer, Nikolas Lazaridis. Und bestaussehendsten. Bestaussehendsten, besten deutschen Entertainer. Blender jetzt so Applaus sein, okay? Tim freut mich wieder in deinen Gemächern zu sein. Es ist mir eine Ehre, hier in deiner Burg stattfinden zu dürfen. Hey, Digga, ich bin gerade, das ist witzig, ich bin komplett auf anderer Wave. Erzähl mal kurz, was Wochenende war. Ich habe gerade weggehört, weil ich es das erste Mal auf Kamera hören wollte. Äh, ich war, Wochenende war ich in Köln. Ja. Unterwegs mit Marc und Revi. Ja, was war mit dem Trinken? Wo du gesagt hast, dass du so dicht du warst wie bei Summer Sale. Trinken? Weiß jetzt gar nicht, was er meint. Nein, ehrlich, willst du nicht erzählen? Achso, ja, ich war außerdem sehr, mal wieder sehr dicht. Aber ehrlich auszusehen, es war wirklich auszusehen. Ich wollte nur ein paar Bier trinken, auf einmal fünf Liter. Wie viel hast du getrunken? Auf nüchternen Magen. Laber nicht. Wie, war, war, war. Mir ging es echt gar nicht gut. Ich fürchte habe gerade weggehört, also ich habe die Story nicht gehört. Also das war wirklich, das war ein Abend, da war ich, also aufgrund von der Tatsache, dass wir jetzt halt das Bier rausbringen, ähm, habe ich mich in den letzten Wochen wirklich wie so ein Biersommelier gefühlt. Ja, das Bier schmeckt gut, schmeckt nicht gut, schmeckt gut. Und dann war ich im Zug auf der Fahrt da hin und ich habe mich halt wieder gefühlt wie der Biersommelier und habe dann dort ein paar Helle bestellt. Aber diese Helle haben mich so satt gemacht, dass ich keinen Hunger mehr hatte. Und dann habe ich schon zwei Liter im Zug getrunken. Das heißt, ich habe wie so ein Alkoholiker. Ich trinke eigentlich gerade nicht so viel. Und dann habe ich halt dort vor Ort nochmal drei Liter getrunken und habe halt nichts gegessen. Und dann hatte ich komplett total Schaden. Aber, nächste Tage ins Fitness gegangen, easy cheesy. Warst du so, jetzt wenn es schlimm ist, können wir das rauschneiden, aber ich würde es interessieren, warst du im Summer Sale Modus? Ich war im Summer Sale Modus, ja. Was hast du gemacht, erzähl mal bitte. Ich weiß es nicht mehr, ich war nur noch einfach extrem asozial. Echt? Und beleidigend, ja. Mit wem warst du? Ich habe Alex ja gesagt, dass ich sie nicht mehr brauche. Ehrlich? Und dann tass ich auf sie scheiß. Ehrlich? Ich weiß es einfach nicht mehr. Das hast du ihr gesagt? Nein, so dicht warst du. Ich war, Digga, eine Stunde lang, ich weiß nichts mehr, was ich gemacht habe. Bro, ich weiß nur noch, ich weiß nur bei diesem Ding da, als du der einen erzählt hast, beim Summer Sale Modus so FaceTime warst. Naja, der ganze Fall ist übel. Ne, es war wirklich asozial. Da schäme ich mich auch tatsächlich dafür. Und deswegen. Hast du einen Beef dann, oder was? Ne, ich habe dann gesagt, ich weiß es nicht mehr und so. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, erstmal wieder entspannt mit Alkohol. Jeden Tag ins Gym. Und morgen geht es dann wieder los mit Alkohol. Ey, aber krass, du hattest, du hattest, früher hattest du doch, hattest du immer diesen Dämon Modus, also du hattest, äh, du hattest nicht diesen Dämon Modus, sondern du warst, wenn du dicht warst, äh, warst du einfach Nock. Ja, ich war auch komplett Nock. Du hast diesen Dämon Modus, hast du nie. Achso, so meinst du Nock. Du warst halt weg. Ja, stimmt, stimmt. Du warst halt immer dann so. Ich war dann dicht und musste kotzen, ja. Ja, aber du warst, du warst übel ruhig, du hast nichts gemacht. Ja. Du hast so einen Dämon Modus entwickelt, Digga. Ja, ja, das ist echt krass. Das riecht dangerous, Alter. Aber das kommt ganz selten vor mir. Ich hab das jetzt einmal erlebt, wenn das, das war das zweite Mal dann. Gut, aber das ist, äh, jetzt, okay, nee, ich hab Nico versucht davor, hab ich dir versucht, ein Bier anzubieten und der wollte... The Demon Inside. Was? The Demon Inside. Ja, äh, 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 nee, weil ich hab dir vorhin ein Bier geben wollen, dann hab ich kurz gedacht, äh, wieso willst du das? Nee, das war wirklich ein eklig, das war ein sehr ekliger Sof. Ich hab jetzt auch erstmal, ich brauch jetzt erstmal eine Pause. Ich hab jetzt auch gerade keinen Bock. Ja? Ich hab Bock, mich aufs Training zu fokussieren. Nice. Äh, ja. Und meditieren. Meditierst du? Ich meditiere in jeder Sekunde meines Daseins. Nein, aber meditierst du wirklich? All Vater, segne mich mit Klarsicht. Hey, Digga. Äh, aber meditierst du for real? Aktuell nicht, nee. Nee, aber jetzt mal kurz Real Talk, also weswegen ich eigentlich hauptsächlich mit dir reden wollte, was ich interessant finde, weil das so... Man hat jetzt vielleicht von dir Vlogs gesehen, du hast ein bisschen weniger gestreamt und ich glaube... Warte ganz kurz, worum geht's heute? Also hier, ich würde gerne, du hast, guck mal, du hast jetzt Party-Lifestyle gehabt, du hast ein bisschen Real Talks gehabt, du hast gestreamt und so, aber du hast bis jetzt immer in all deinen Vlogs, war immer super viel Nico im Fokus auf dem Inscope-Lifestyle-Kanal. Inscope. Nico. Okay. Also es ging da sehr viel um dich. Ja. Jetzt ist der Lifestyle-Kanal halt mehr zu einem Vlog-Kanal geworden. Also früher meinst du? Genau, früher. Jetzt ist es viel mehr deine Rolle. Ja. Und ich persönlich, also ich feiere halt den alten Content auch Menschen und so, weil man halt dich und deine Entwicklung und halt, man war übel nah an dir dran. Ja. Jetzt ist es aber anders, gefühlt für mich, es gab dann dieses Video, okay, du wirst Vater. Ja. Aber du hast nie wieder drüber gesprochen. Mhm. Und du musst jetzt nicht drüber reden, aber ich persönlich so als, sag mal, ich, also jetzt mal, nicht als Tim, sondern ich als Zuschauer, fände es halt interessant zu wissen, wie geht's dir damit, wie ist das passiert, was sind deine Gefühle, so. Also man sieht, also man sieht gar nichts davon und früher wäre das halt so, wäre ein Real-Talk mal gekommen, hätte sie gesagt, ey, das ist passiert, so und so war das. Und ich persönlich finde das schade, weil das und Corona, Corona, glaube ich, hatte ich auch nochmal ein bisschen weggebracht, weil du in Corona hier so ein bisschen gefangen warst, zu viel gestreamt hast und du keine Vlogs machen konntest und auf einmal so, bam, mit 25 geht man in Corona rein, jetzt auf einmal, bam, man ist 27, bam, jetzt wird man Vater, man kriegt ein Kind so. Und das sind so Momente, wo ich zum Beispiel einfach mal gerne mit dem Nico connecten würde, der zu sehen, wie geht's dir mit diesen Sachen, was passiert gerade in deinem Leben? Also das ist eine ziemlich allumfassende Frage tatsächlich, die ist schwierig zu beantworten, weil ich selber noch nicht so richtig die Antwort darauf gefunden habe. Also ich muss mir mal, bei mir selber muss ich mir überlegen, auf die Situation erstmal klar zu kommen, dass man jetzt irgendwie so richtig erwachsen wird langsam, auch jetzt mit Freundinnen und so. Das ist ja für mich schon mal so eine neue Situation, weil ich gefühlt aus dem Lifestyle komme, wo ich gar keine Verpflichtung und Verantwortung gegenüber irgendwas habe. Und jetzt plötzlich ist es halt schon so, dass man irgendwo eine Verpflichtung seiner Freundin gegenüber hat, jetzt nicht so eine zwangsmäßige, aber so eine halt, dass du sagst, ey, du hast halt jetzt eine Frau, die wartet auf dich, die freut sich auf dich und so. Und dann gleichzeitig kriegt man noch ein Kind von einer Frau, die man nicht so gut kennt. Und vielleicht war es auch ein Fehler, dieses Video direkt hochzuladen, weil ich will nicht über eine Sache reden, wo ich selber noch nicht so richtig mit umgehen kann. Wieso denkst du das, dass du damit nicht umgehen kannst? Oder welche Fragen stellst du dir? Ja, ich stelle mir relativ wenig, ich verdränge das Thema auch noch sehr krass aktuell, weil das Kind ist noch nicht da, das kommt jetzt dann. Und dann fängt ein neues Leben für mich an. Und es ist immer ein bisschen komisch, sich von so einem beschwerdenlosen Leben, sag ich mal, zu verabschieden und zu sagen, jetzt kommt halt ein neuer, etwas verantwortungsreiferer Teil vom Leben. Und ich weiß, es ist voll schwierig, glaube ich, das nachzuvollziehen, wenn man nicht in der Situation ist. Ich kann das, glaube ich, gut nachvollziehen. Aber es fällt mir halt extrem schwer, für mich persönlich so darauf klarzukommen. Ich habe da bestimmt auch öfter mal das Thema verdrängt, weil es ist einfach so klar, im ersten Moment, du bist so euphorisch, sagst du, ey, das Kind kommt jetzt, ich bin bereit dafür, das kommt in fünf, sechs Monaten, ich mache das dann schon und es wird schon alles geil und so. Aber jetzt kommt der Tag halt immer näher und man hofft halt, dass man das irgendwie gescheit hinbekommt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das hinbekommen werde, aber man weiß halt auch gar nicht, was da auf einen genau eigentlich zukommt. Und dann fühlt man sich so ein bisschen fremd auch mit sich selber manchmal und das ist aber eine Sache, die... Wie meinst du, fremd mit sich selber? Ja, da ist halt einfach so, da ist eine Situation, die kommt und du musst sie akzeptieren, so weißt du. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie keinen Bock habe auf das Kind oder so. Ah, dass du so Kontrolle aus deinem eigenen Leben abgibst? Ja, genau, du wirst halt da, du wirst in die Situation einfach reingeschmissen so und dann let's go. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich gar keine Frage, dass ich mich da nicht drum kümmern werde, also das werde ich auf jeden Fall machen. Aber ja, ich bin mir da halt selber noch so ein bisschen ungewiss, wie das alles funktionieren wird und so. Und natürlich dann jetzt auch mit Situationen, Freundin ist am Start und wie ist die Situation dann dort? Das Kind wird in Berlin sein, wie oft kann ich das Kind sehen, wie wird sich das alles, wie wird das halt alles werden, so weißt du? Und dann denkst du dir halt so, oder was heißt, dann denkst du dir halt so, aber dieses Video ist halt dann so rausgekommen, du hast es in dem Moment, warst du euphorisch, hast es gefühlt. Wurde es mitteilen, so. Genau, und dann ist aber eine Phase, das Kind ist noch nicht da, du denkst so, ey, ich lebe jetzt noch meinen Lifestyle, solange das so nicht mäßig da ist und genießt halt noch so mäßig. Und dann denken sich halt Leute so, ja, das ist voll der Fisch, Digger, der lässt hier die Mutter allein zu Hause, die ist das, alles drum und dran. Und du denkst dir so, ey, du lebst deinen Lifestyle einfach nur, den du halt leben willst. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht fürs Kind da sein willst. Und ja, da kommen halt so viele Sachen aufeinander, die dann gemutmaßt werden und alles drum und dran. Und dann ist man halt in so einer komischen Situation irgendwie, wo man dann eigentlich gar keinen Bock mehr hat, über irgendwas zu reden. Ich fühle das krass. Ich finde, man hat es auch vorher gemerkt, dass du das verdrängt hast. Also ich sag mal so jetzt nochmal. Ja, ich werde mir in den letzten Tagen auch wirklich erst sehr bewusst darüber, dass das Kind halt, also das Geburtstermin in einer Woche halt einfach ist. Und das wird einem jetzt erst so richtig bewusst. Und ich habe mir auch aktiv selber so gesagt, ich werde richtig erst auf diese Sache zugehen, wenn das Kind halt so da ist. Weil das ist nicht dieses Klassische, man bereitet sich schön aufs Kind vor, du kaufst schon mal Sachen, freust dich drauf, oh, das wird so toll, du bist für das Kind da. Sondern es kommt halt einfach so, aber ja. Ja, ich glaube, ich glaube, eine Sache, die... Es ist halt nicht der klassische Weg. Nicht der normale Weg. Mit der klassische Weg meinst du, dass du mit der Frau nicht zusammen bist, mit der du das Kind hast? Ja, genau. Und auch, dass man... Das ist schon krass. Wie ich für das Kind da sein werde und wie ich dem Kind probieren werde, meine Werte mitzugeben, ist halt ein ganz anderer Weg als der, wenn zwei Eltern halt für das Kind die ganze Zeit da sein können. Weil für mich ist es halt so, ich muss so oft wie möglich für das Kind da sein, also in meinen Augen. Ich muss so oft wie möglich da sein und ich muss dem Kind in der Zeit, wo ich halt da bin, probieren, die Werte dem Kind mitzugeben, die ich dem Kind mitgeben möchte. Und wie ich das machen werde, wie das so sein wird, ist halt gerade für mich so eine krasse Ungewissheit, weil ich ja die Situation gar nicht kenne. Und es ist halt dann auch teilweise nervig und ein bisschen blöd, wenn Leute halt so sagen, so mäßig, ja, Nico macht halt seinen Lifestyle-mäßig weiter, macht dies und macht das. Wie will der ein guter Vater sein? Das sind so Kommentare, eigentlich sollte ich sagen, ja, ich kacke drauf, aber natürlich gehen sie ja trotzdem manchmal irgendwo nahe, wo man so denkt, ja, keine Ahnung. Ich mache mir darüber tatsächlich keine Gedanken. Also ich jetzt so als, sag ich mal, bester Homie von dir. Ich mache mir ehrlich sehr wenig Sorgen darum, ob du ein guter Vater bist und ob du gut fürs Kind da sein wirst. Ich verstehe deinen Kopfhick, weil du nicht verstehst, was auf dich wartet gerade. Ja. Und ich glaube, dass du dir übel Druck machst, dass du jetzt so nicht mehr du sein kannst so ein bisschen manchmal. Ja. Also, weil ein Kind so erwachsen sein, blablabla, dass du halt jetzt keinen Scheiß mehr machen kannst, weil du bist ja gefühlt selber, willst du ja noch ein Kind sein. Ja, genau, genau, genau. Und jetzt auf einmal bist du Vater. Aber das ist mehr so das Ding, wo ich so den Druck oder die Augen der Öffentlichkeit so auf mir habe, weil für mich selber weiß ich ganz genau, ich kann mich, in einem Moment kann ich ein gutes Vorbild für mein Kind sein und kann meinem Kind das und das sagen und im nächsten Moment kann ich besoffen mit Ronness und Feiern gehen. Das weiß ich, dass es kann. Aber ich weiß halt, wie es in der Öffentlichkeit rüberkommt und man hat dann nicht so... Jeder judgt. Man hat, ja genau, man hat, eigentlich hat man keinen Bock, dass sich Leute, die keine Ahnung haben, sich in die eigene Erziehung einmischen, weil ich weiß ja selber, wie ich für mein Kind da sein will. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich verstehe das auch, dass es dann so rüberkommt und dass man so denkt, ja, Latsch, voll der Fisch, Digga, was macht der da? Ich verstehe das, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich habe keinen Bock, mir das eigentlich nehmen zu lassen. Deswegen ist man dann in so einer Zwickmühle. Und ich glaube, du merkst auch, mir fällt es auch nicht so leicht, darüber gerade zu sprechen, weil es irgendwie einfach ein weirdes Thema für mich ist. Ich finde aber, dass du sehr gut drüber sprichst. Also, ich finde, ich bin, du kennst mich, bin vielleicht ein bisschen so sehr analytisch, was so Sachen angeht. Ich habe das gespürt in einem Content. Ich meine, wir beide haben uns auch ein bisschen, ich würde nicht sagen, auseinandergelebt ist vielleicht das falsche Wort, sondern wir hatten beide auf eine komische Art und Weise auch einfach wenig Zeit miteinander verbracht, weil wir halt andere Sachen zu tun hatten. Und weil wir davor so viel gechillt haben, dass wir das auch gar nicht so, ich weiß nicht. Wir hatten andere Sachen zu tun. Und man muss eine Sache ganz klar sagen, du hast hier einen Mentor für dich gefunden und ein Mentor festigt einen sehr, sehr krass, vor allem in dem, was man tut. Und ich habe halt keinen Mentor. Ich habe mehr so ein Konstrukt aus Leuten gefunden, mit denen ich halt behindert Spaß haben kann und meinen Content machen kann. Und dann hat sich das in so ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt. Bei mir mehr so in diese Freizeit-Fun-and-always-on-the-road-Geschichte, so lebtes Leben und bla bla. Und du warst halt hier in deinem, ich baue mir hier was auf, Dings, was ich meine. So, ich glaube, intentionsmäßig sind wir immer noch genau auf dem gleichen Dings. Wir haben dieselben Ziele. Wir wollen diese Firma hier groß machen. Wir wollen den Mitarbeitern hier einen sicheren Job bieten können. Wir wollen einfach erfolgreich werden in dem, was wir tun. Aber wir haben das auf komplett unterschiedlichen Wegen gelebt. Und ich glaube auch, dass du tatsächlich mehr, also auch unabhängig davon, wie die Situation ist, mehr der Typ bist, der gerne so im Büro sitzt und sagt, ey, er zieht es strukturell mehr auf. Und ich bin immer noch mehr der Typ, der gerne unterwegs ist. Aber es ist teilweise auf beiden Seiten sehr ins Extremum abgedriftet. Und deswegen hatten wir wenig Berührungspunkte nur noch. Nee, also ich glaube, ich glaube, ich glaube, also erstmal, ich glaube, dass bei mir gar nicht, ich glaube gar nicht, dass wir da so unterschiedlich sind. Also bei mir ist es jetzt, ich glaube, durch die Rückengeschichte und durch jetzt Corona, dass man hier sein musste, war das so. Also ich freue mich jetzt auch, wenn ich hier rauskomme. Und ich freue mich auch, wenn ich nicht die ganze Zeit hier bin, sondern auch mal so Sachen mache und einfach komme mit, ich mag gute Ideen. Ich glaube, das ist das, was wir beide mögen. Und ich freue mich jetzt auch auf die Zeit, wo wir beide da mehr connecten und ich sage mal, zusammen als Kopf dieses Unternehmens agieren wieder. Darauf freue ich mich übel. Weil ich habe das, mir war das sofort auch klar, dass, wie soll ich sagen, also erstmal, ich glaube, da ist nichts verloren gegangen dadurch. Ich glaube, dass es das gestärkt hat, weil ich glaube beispielsweise, dass du mir, zum Beispiel jetzt mit dem Stream, ich hätte ohne dich nicht gestreamt. Du bist gekommen, du hast dir die Zeit genommen, du warst 20 Minuten hier. Das ist für mich wie emotionale Unterstützung, wie emotionales Babysitten. Auch wenn ich nicht so wirke. So übel viel Scheiße, die ich habe oder Unsicherheiten, wo ich habe, kommst du und du hilfst mir, das durchzusetzen und das zu machen. Oder du kommst und sagst, ey, ich weiß nicht, ob es gut ist oder so. Du kommst und sagst, ey Digga, das ist gut, lass uns das so machen. Ich habe noch hier vielleicht noch die ein oder andere Idee. Also so, ich wäre gar nicht imstande, das zu machen ohne dich. Auch wenn du quasi nicht da bist, wenn ich dich dann brauche oder dich anrufe oder irgendwas ist, dann bist du da und dann ist es, sage ich mal, auch die optimalste Arbeitsteilung, die wir haben konnten. Und ich glaube, dass wir auch auf unterschiedliche Arten und Weisen selber gewachsen sind und ich viele Sachen, die du machst, auch geil finde und die ich auch gerne selber tun wollen würde. Ich sage halt nur, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Verstehst du, was ich meine? Safe. Das ist auch nicht, dass ich das verurteile oder so. Guck mal. Da muss man aber auch echt mal wieder sagen, da kommt man immer wieder zurück, auch auf die Wurzeln irgendwo so. Das war auch schon oft so, dass man so ein bisschen Ausreißer hat, aber dann wieder zurück so zu der Basis gekommen ist. Und ich muss auch wirklich sagen, die ganze Zeit, in der ich jetzt so unterwegs war, auch mit Ron übelst viel gevloggt habe und so und auch oft mir einen reingetrunken habe und so. Das war eine Zeit, die habe ich auch sehr genossen und da habe ich auch sehr viel draus mitnehmen können. Wie ich das in Zukunft so besser handeln kann, dass es halt gebalanceder ist, sage ich mal. Ich finde es auch voll verständlich. Also ich habe das ja auch gesagt, dass wir da gesprochen haben, du bist 25, auf einmal bist du 27 und du kriegst ein Kind. Natürlich sagst du dann jetzt mal, ey, du warst hier, du hattest Schiss, Vlogs zu machen, weil du dachtest, wenn hier zwei Leute in einem Raum sind, dass auf einmal wir wegen Corona halt aus dem Internet gecancelt werden. Stimmt, stimmt, ja. Weißt du? Also so, Bro, du lebst mit der Angst, aber du verdienst Geld damit. Stimmt, die Vlogs waren eigentlich, vor Corona habe ich mich so entschlossen, das weiß ich noch, da warst du doch mit am Start, ne? Da haben wir doch so gesagt, jetzt ziehen wir durch mit Vlogs und dann kam Corona. Und dann war das so, Bro. Und da kam halt so eine richtige Welle an Bedürfnissen halt auch, ne? So das Bedürfnis, Menschen zu sehen, das Bedürfnis feiern zu gehen, das Bedürfnis zu vloggen. Und weil die Kombination so geil funktioniert hat, ist es natürlich auch, genau das wollte ich vorhin auch noch dazu sagen, die Situation, weil alle sagen ja immer, ja, Lazo, du gehst ja immer nur in Urlaub und alles drum und dran. Das ist zwar Urlaub irgendwo für mich, aber das Problem an der Sache ist, oder Problem und Gute... Ja, aber nicht gesehen, aber als du hier anderthalb Jahre deinen Arsch abgerarbeitet hast. Ne, ne, das meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht. Das Problem und das Gute an der Sache ist, je krasser ich im Urlaub war, desto erfolgreicher war ich geschäftlich. Das heißt also, je mehr Urlaub, desto mehr Erfolg, so ganz dumm gesagt, in dem Moment. Und dann war das halt auch so eine Sache, wo man so irgendwo geschäftlich entscheiden muss, zu sagen, ey, wenn ich jetzt in Stuttgart bleib einen Monat, keinen geilen Vlog-Content habe, dann laufen die Videos nicht so gut, als wenn ich jetzt, ganz dumm gesagt, einen Monat oder zwei Wochen mit Ron nach L.A. und nach Dubai gehe, dort Action mache, und die Videos laufen halt einfach besser, weil die Videos sind halt einfach nur mal so mein Beruf. Aber hier habe ich einen kleinen Widerspruch. Ja. Du sagst mehr Urlaub oder ich sage mal mehr Travel, weil das ist auch kein Urlaub. Ja, man muss es echt als Travel betrachten. Es ist halt immer so, es sieht halt immer so aus, wenn ich eine Story poste, ich bin irgendwo in der Sonne und liege vielleicht am Strand, das ist in dem Moment halt klar, das ist der klassische Urlaub, aber eigentlich bin ich dort, um ein paar Videos zu filmen. Ja, wenn du von zum Beispiel, ja, aber das ist ja wie damals mit den YouTuber-Dingern, wenn du 14 Uhr aufstehst, aber bis um vier Uhr wach bist und du dein Zeug machst, das ist alles scheißegal, weißt du, man muss sich ja von niemandem rechtfertigen, du verdienst dein Geld damit. So, am Ende des Tages ist es ja okay, aber hier glaube ich, also ich fühle diesen Drang, sich zu rechtfertigen, ich habe den auch. Ja, weil man will ja, dass das auch nachvollzogen werden kann, warum man halt so oft im Urlaub ist, ja? Ja, nee, safe. Also erstmal menschlich kann ich es nachvollziehen, ich kann es menschlich nachvollziehen, wie gesagt, Corona, du verdienst so dein Geld, du machst das übel gerne, also du holst das nach, was dir weggenommen worden ist. Und gleichzeitig hast du aber auch, ich sage mal, selber, ich wäre auch so ein Mensch, du setzt dir so ein Datum, oh, ab dann muss ich erwachsen sein. Bis dahin kann ich das noch tun. Safe, aber eigentlich ist es gar nicht so. Es ist nicht so, aber so denkst du das in deinem Kopf. Aber jetzt, du hast gesagt, je mehr Urlaub ich mache oder Travel oder wie auch immer, desto besser wird der Content. Ich glaube, dass das jetzt, ich sage mal, für die kurze Zeit stimmt, aber ich sage dir ehrlich, ich glaube, das ist das, wieso ich dieses Gespräch mit dir führen will, ist, ich weiß nicht, kannst du sagen, wie du das siehst, kannst du sagen, wie du das siehst und die Leute da draußen auch. Aber meine persönliche Meinung ist, ich finde es spannend zu sehen, einfach, ich finde dein Leben interessant und ich finde auch die Dinge an dir interessant, wo du sagst, dass die langweilig sind. Weil ich finde zum Beispiel, du hast eine üble, angenehme Art, über Sachen zu reflektieren. Du bist einer der ganz wenigen Menschen, die ich kenne, die auch in einem Raum voll mit Leuten einfach sagen können, ich weiß es nicht. Du kannst aber auch gleichzeitig in diesem Meeting, keine Ahnung, die sich alle da rumgebieft haben, wie auch immer, einfach nur ganz nüchtern und sachlich gesagt hast, ich würde es jetzt so und so angucken und so und so machen wir das, nachdem die da zwei Stunden noch weiter diskutiert hätten. Also das krasse Qualitäten, die du manchmal selber an dir gar nicht beobachtest, die übel wertvoll sind im Internet, also die mir auch persönlich, also sagst, ich habe einen Mentor gefunden, ja, aber gleichzeitig bist du mein Weggefährte, der mich auch, ich wäre ohne dich nicht hier, wo ich bin. Ich rede nicht nur geschäftlich, sondern ich rede auch als Mensch, sage ich dir auch ganz ehrlich. Und ich glaube auch, dass es übel vielen anderen Menschen genauso geht. Und mich zum Beispiel interessiert auch krass, wie handelt ein Nico, das jetzt ein Kind zu bekommen, so ein Unternehmen zu haben, so ein Leben zu führen, aber gleichzeitig, und das finde ich bei dir immer so inspirierend und besonders, du siehst die Sachen immer noch mit Witz und Leicht. Also egal, wie kack eine Situation ist, du bist immer irgendwie noch optimistisch. Ob das die Kacke war, die wir damals mit Karl hatten, ob das die Kacke war, wir hatten tausende Krisen zusammen, aber wir haben es immer hinbekommen, zusammen nicht den Mut zu verlieren, das hinzubekommen. Und ich sage mal so, erst mal, so einen Freund zu haben, ist extrem wertvoll, aber auch so jemanden im Internet zu haben, und dann denke ich mir, es ist immer so schade, manchmal, ich denke jetzt manchmal schade, dass ich würde mir wünschen, dass du das mal auch von außen sehen würdest, was für einen krassen Effekt du auf Menschen haben kannst, wenn du auch allein mal die Kamera in die Hand nimmst und sagst, ey, ich bin jetzt motiviert, trainieren zu gehen, ich gehe jetzt aber auch gerne mal eins auf mit meinen Homies oder ich gehe jetzt nach Mykonos oder whatever, so ohne, dass du dich rechtfertigen musst, weil ich verstehe das auch, dass du den Drang hast, dich zu rechtfertigen, aber gleichzeitig glaube ich, dass dieses Kind-Ding, dass du darüber nicht so ganz offen reden konntest und dass du da auch selber, wie du sagst, so ein bisschen überfordert warst und davor vielleicht geflüchtet bist, was ich genauso gemacht hätte wahrscheinlich, dass das eine richtige Befreiung sein kann, dass man wieder connectet, weil ich glaube, das, was dich so, ich will gar nicht sagen, erfolgreich gemacht hat, weil ich glaube, dass dein Erfolg darin begründet ist, dass du einfach ein interessanter und guter Mensch bist, ist einfach von dir über dein Leben und dich zu erfahren, wie du das siehst. Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass diese Komponente, mit den Leuten zu reden und mit den Leuten zu connecten, in letzter Zeit schon zu kurz gekommen ist, aber ich sag dir ganz ehrlich, dadurch, dass man einfach, dass ich auch mit den Leuten hier einfach darüber redet und so, da öffnet sich irgendwie immer irgendwo eine neue Tür, so wie jetzt gerade dieses Format, das wir jetzt hier machen, das ist für mich so, weil mir hat ja auch so ein bisschen die Plattform gefehlt, wo soll ich darüber reden in einem Fünf-Minuten-Vlog? Ja, dann war man nicht mehr so regelmäßig am Stream, aber Stream ist auch so, da will man die Leute auch nicht so vollmüllen, weißt du, da bin ich irgendwie auch, habe ich eher Bock, so Scheiße zu labern, als um richtigen Real Talk zu machen, aktuell zumindest, und deswegen sehe ich halt so, so das Format, das wir hier gerade machen, ich finde es ganz cool so, wir können mal wieder miteinander reden, viele Leute denken, dachten ja auch so, wir haben nichts mehr miteinander zu tun, oder das ist deine Firma, und ich bin halt hier noch so, hin und wieder helfe ich dir so mit deiner Firma, oder mache irgendwie Marketing dafür, das ist ja immer noch unsere Firma. Das ist 50-50, und das ist auch, ja, also, deswegen, ich sehe bei sowas auch immer ein positives Ding, dass wir vielleicht, keine Ahnung, wenn die Leute das Videoformat hier feiern, dass wir vielleicht eigentlich mal wieder ein neues Videoformat zusammen haben, was auch geil ist, weißt du, und ich kann hier ganz entspannt, viereinhalb Stunden mit Tim reden. Ich finde es auch gut, ich hatte hier das Gefühl, ich hatte das Gefühl zum Beispiel jetzt am Anfang, als du reingekommen bist, dass du, dass du denkst, du musst Leute unterhalten manchmal. Ja, also ich denke das auf jeden Fall, aber ich denke das halt auch, weil ich das will. Ich will die Leute entertainen, ich will das, ich will witzigen Content machen. Ich will, dass die Leute sich bei mir entertained fühlen, so. Ich weiß zwar, dass es nicht immer Entertainment ist, und nicht immer ist alles witzig, aber ich hätte es gerne so. Aber ich weiß, was du meinst, weil du bist auch so, also auch wenn die Kamera nicht an ist, ist es teilweise, ich sag mal so, es ist sehr viel angenehmer, mit Nico ein Meeting zu haben, als ohne. Es macht es sehr viel lustiger, aber es ist auch teilweise sehr viel zielgerichteter und auch klarer. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, also jetzt zum Beispiel jetzt am Anfang, als du da warst, war das so kurzzeitig das Gefühl, du denkst jetzt, das ist zu langweilig, wenn du über deine Sachen sprichst. Auf jeden Fall. Interessant. Echt, denkst du das? Ja, safe. Aber ich zum Beispiel finde es, ich finde es, also ich fand es gerade krass interessant zu hören, wie du das mit dem Kind einordnest. Also das, ich habe zum Beispiel, sage ich dir ehrlich, ich habe das jetzt nicht so erwartet, dass du, wie gesagt, ich rede jetzt aus Outsiders Perspektive und nicht als, weil wir haben ja darüber privat öfter gesprochen, aber ich finde zum Beispiel jetzt nicht, dass es im Internet so rüberkommt, als hättest du jetzt bewusst gesagt, ich habe das Thema verdrängt oder ich habe darüber Schwierigkeiten gehabt, damit klarzukommen. Ja, natürlich, das will man sich auch, also muss man sich, muss man auch erst mal schwer sich selbst eingestehen und dann ist es noch in der Öffentlichkeit so eingestehen und dann ist halt auch so wieder so der Punkt, es sind so tausend offene Themen in der Öffentlichkeit so, so was geht mit deiner Freundin, warum trinkt ihr so viel, warum bist du nicht in der Firma, Tim arbeitet die ganze Zeit und was geht mit dem Kind, bla bla und dann willst du dieses eine Thema so mal dich da kurz öffnen und dann kommen noch tausend andere Fragen und dann denkst du dir so, ach, bevor ich jetzt hier die Leute wieder vollmülle, ich mache einfach ein paar witzige Cuts und dann ist es auch gut so. Aber was sind jetzt zum Beispiel die Themen da, die dich beschäftigen, also einmal Kind, aber was ist mit Alexa oder Freundin? Also was ist da die Frage? Ja, da ist es nicht akut, keine direkte Frage, aber es hat auch ein Thema, wo halt Leute halt wissen, da ändert sich halt auch gerade was bei mir so. Inwiefern? Ja, dass ich halt eine Freundin habe. Was ändert sich? Dass ich keine Chickis? Dass ich halt eine Freundin habe. Ja, aber was ändert sich? Mach doch kurz Realtalk, was ändert sich? Ja, es ändert sich einfach, dass nicht in jedem zweiten Stream eine neue Chaya mit am Start ist. Ja, aber wieso würde das zum Beispiel jetzt nicht gehen? Das würde ich halt einfach nicht wollen. Aber wieso findest du das jetzt zum Beispiel schlimm, mit einer Frau zu streamen, obwohl du eine Freundin hast? Weil ich der übelste Geier bin. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, einen Geierhumor zu machen, du hast ja auch nicht mit jeder irgendeinen Geschlechtsverkehr, mit der du gestreamt hast. Hm? Nein, also passt einfach nicht, finde ich. Passt einfach nicht. Ja, auch. Erste Sache, sage ich dir ganz ehrlich, ich gucke mir gerne noch... Mit welcher aus Nikos Streams hatte Niko eigentlich keinen Sex? Ich gucke mir immer noch gerne so ein Video von Eggers an, wo er mit irgendwelchen Weibern redet und so und ich freue mich für ihn, wenn er einen erklärt oder so. Aber ich persönlich, wenn ich eine Beziehung habe, dann bin ich einfach, dann bin ich der Frau, mit der ich in der Beziehung bin, treu gegenüber. Klar, man guckt hin und wieder natürlich schon. Wo ist der mehr Hut will schauen, Bro? Ne, da hat jeder seine eigene Anschauung. Ich persönlich, ich finde es so, wenn man hin und wieder mal guckt, auch für sich, das ist natürlich klar, aber so vom Ding her, ich will meiner Freundin einfach treu sein und ich will auch keinen falschen Anschein erwecken oder sowas. Deswegen, ich halte mich zurück. Ey, das wäre aber für den nächsten Real Talk tatsächlich ein interessantes Thema, diese Freundinnen-Real Talk-Sachen, weil wir haben jetzt beide, glaube ich, relativ ähnlich Freundinnen bekommen. Ja. Und, also ich zum Beispiel sehe das Thema ganz anders. Ja, da sehen wir ganz, ganz viele Themen ganz anders. Nein, nein, also ich sage jetzt nicht, dass es richtig ist oder so, aber ich zum Beispiel finde, das ist ja ein Teil von dir, du hast diesen Content gemacht und das macht dich auch irgendwo aus und wenn du jetzt zum Beispiel, ganz ehrlich, also vor, nach der Freundin, auch wenn es keinen danach gibt, währenddessen, sage ich mal, offen, so ein Content zu machen, finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm. also, das heißt ja nicht, dass du fremdgehst. Ne. Also, wir reden hier nicht von fremdgehen oder so. Ich will jetzt nicht fremdgehen irgendwie schönreden oder so ein Scheiß, aber jetzt zum Beispiel so Content zu machen, ich glaube, wenn man das einmal ordentlich ausdiskutiert und Regeln festsetzt und halt auch sagt, ey, da haue ich jetzt einmal über die Stränge, wenn ich mit Tim, ich zum Beispiel habe jetzt auch kein Problem, Instagram-Models zu bewerten und zu erzählen, wie geil die ist oder so, wenn ich, also, das ist mein Videomodus, so fertig. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich zum Beispiel hätte, ich hätte voll das große Problem oder die Angst, mich verstellen zu müssen wegen meiner Freundin. Also, da bin ich zum Beispiel sehr sensibel. Ja, aber verstellen tue ich mich doch gar nicht. Ja, aber du würdest doch jetzt mit Frauen streamen. Wenn ich jetzt mit Frauen, unbedingt mit Frauen streamen wollte, Ja. dann würde ich jetzt keine Freundin haben. Ja, aber wieso ist es ein Entweder-Oder? Ja, weil die Frauen, die ich im Stream eingeladen habe, da stand natürlich auch auf die. Ist doch klar. Ja, aber, also, Also, ich stand halt auf die, weil ich halt das geil fand, dass die für mich arbeiten. Äh, wie siehst du das, Mev? Man kann doch, man kann doch locker, du kannst doch locker mit denen streamen, egal. Egal, das können wir an einer anderen Stelle ausdiskutieren. Das kann ich hier, ich wollte gerade sagen, der Chat, aber ja, das könnt ihr da sagen, wie ihr das seht. Das sehen sicherlich viele anders. Sicherlich sehen es viele gleich, aber es ist eine Sache, da diskutiert man auch schon seit Ewigkeiten drüber. Das ist ja auch so ein bisschen individuell von der Beziehung, wie locker sieht man so die Themen, wie krass ist man, vertraut man so. Ich weiß zum Beispiel so, ich und sie, wir sind beide eifersüchtige Menschen so. Echt? Ja, natürlich. und deswegen muss man das sowas doch nicht absichtlich entfachen. Okay, krass, okay, okay, aus der Perspektive ist es gar nicht betrachtet. Ich bin zum Beispiel null eifersüchtiger Mensch. Ich bin krass eifersüchtig. Gut, bei dir ist ja auch eine Geschichte und so. Ja. Das ist ja nochmal was anderes. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Dann andere Frage, also du hast gesagt, Freundin war Thema, Kind, Arbeit, was war noch ein Thema? Und das Trinken, der Trinken-Content, diese vier Fragen. Ich habe das Gefühl, dass diese vier Fragen, sage ich dir ehrlich, so ein bisschen dir auf dieser Real-Talk-Komponente, auf diesem Nico-Sein, dich ein bisschen so, ich glaube, da gibt es viele Dinge, die du irgendwie gerne sagen wollen würdest, wo du vielleicht selber noch gar nicht die Antwort drauf hast. Ja, aber du weißt gar nicht, wo man da anfangen soll. Deswegen, so ein offenes Gespräch ist das Einfachste, darüber so zu reden. Also jetzt in einem Vlog, dann fängst du so an, am Ende so. Du weißt ja nicht was. Ja, Leute, übrigens, ja, wir haben letztens ein bisschen zu viel getrunken, aber eigentlich trinken wir immer noch voll gerne, aber eigentlich trinken wir auch gar nicht so viel, wie es aussieht. Und ja, wir wollen jetzt zukünftig schon noch auch weiter trinken, aber auch wirklich nicht mehr so viel trinken, aber ja, wir trinken ja in den Videos auch eigentlich gar nicht so viel. Und dann, wo willst du da anfangen? Das ist so. Weswegen, also was ist da deine, was ist die Angst, die du da hast, wenn es um dieses Thema geht? Wenn man einmal anfängt, wenn man einmal anfängt, dann sich so für eine Sache zurecht, fertigen, kommen dann direkt tausend andere Sachen so. Aber warum habt ihr denn das da und da gemacht? Und wie ist da und da und dies und das? Und ich meine, ich bin ja auch nicht Ron. Natürlich trinkt Ron mehr als ich. Natürlich ist da Ron der... Ey, das hat mich auf der FIBO gefickt, als Leute zu mir gekommen sind, die mich gefragt haben, ey, wann trainiert Nico wieder? Ich war so, Bro, Nico und Ron haben ein completely different level of drinking. Ich habe schon zu wenig trainiert, das sei keine Frage. Ich fand ja selber auch, aber ich habe kein Problem damit. Ich fange jetzt einfach wieder an. So weißt du, ich meine, mich juckt es ja nicht. Aber am Ende des Tages so, es wird halt sehr über einen Kamm geschert, so im Sinne von, ja, es wird halt nur noch gesoffen und so. Aber dann habe ich mir auch mal so ein Video von mir genau angeguckt. Zum Beispiel dieses Ibo-Profaxe-Video. Ich glaube, da gab es einen Cut, wo wir was getrunken haben, irgendwie am Ende. Und sonst war alles, da waren wir auch im Video, waren wir die ganze Zeit nüchtern. So die ganzen Cuts, die wir gerissen, waren nüchtern. Aber es war halt einfach trotzdem so witzig anzugucken, weil wir halt so eine Scheiße gelabert haben. Ja, aber weißt du was, ich kenne es aus der Fitnesszeit auch, da kommen Leute auf dich zu, die haben ja dann auch nur, also zum Beispiel mit mir zumindest, nur über Fitness-Sachen geredet. Die dachten ja, ich lebe in diesem Scheiß-Studio. Hast du ja früher auch. Ja, gut, viel trainiert, aber ich glaube, man wird da auch schnell auf so eine Sache reduziert. Aber ja, also ich weiß natürlich, dass da nicht so viel gesoffen wird, bei Ron ist eine andere Sache, aber ich verstehe, wieso der Eindruck entsteht. Aber jetzt mal kurz hier eine Frage. Was, also ich zum Beispiel frage mich hier, diese Ebene der Reflexion zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich so wichtig kenne, damit einfach mal reflektiert umzugehen oder das einfach anzusprechen, ich habe das Gefühl, das fällt dir schwer schon. Oder das ist so irgendwie, du weißt nicht. Das fällt mir schwer in dem Format. Ja. Hier ist easy. Hier rede ich gern drüber. Weil hier kann man mal ein bisschen ausholen, weißt du? In einem Vlog, das ist auch eine Sache, die muss man so mal ein bisschen so verstehen. Man lebt wirklich in einer Zeit von Aufmerksamkeitsspannen, kurzen Leuten. Wegen TikTok und so. Digga, Marc Gebao, chill 40 Stunden am Tag TikTok. Typ ist am Arsch. Typ ist wirklich am Arsch. Ehrlich, ich kenne niemanden, der so viel auf TikTok chillt, wie Marc Gebao. Echt? Das ist geisteskrank. Der schickt mir nur TikToks. Ja. Also Marc Gebao verkauft Uhren und chillt auf TikTok. Das ist dem seine Mantra. Jedenfalls, pass auf, der Punkt ist der, man ist in so einer Aufmerksamkeitsspannen, kurzen Gesellschaft. So, was an sich ja schon eigentlich nicht so gut ist. Jetzt machst du selber kurze Vlogs, vier, fünf Minuten, viele Cuts, viele Highlights, viel Dopaminausstoß beim Gucken, sag ich mal, ganz dumm gesagt, okay? Und dann willst du ein Thema thematisieren, was aber eigentlich ziemlich langwierig ist und du musst da eigentlich so zehn Minuten mal mindestens so freischnauzig drüber reden, um deinen Punkt so gescheit rüberbringen zu können. Aber dein Konzept ist vier Minuten Videos. So, jetzt gibt es bestimmt Beispiele, die machen 15, 20 Minuten Videos, die auch gut laufen, aber das Konzept auf meinem Channel, das ich als, in letzter Zeit erfolgreich bewahrheit hatte, ist einfach dieses vier, fünf Minuten Konzept. Und dann willst du das Konzept nicht über den Haufen schmeißen, weil du dir so denkst, das ist deine Arbeit und du willst ja, dass deine Arbeit auch gut läuft. Und dann gibt es einfach nicht die Plattform da, einen zehn Minuten Talk rauszuhauen so. Und dann hast du das einfach nicht gemacht. Auf dem anderen Kanal ebenso wenig. Das gab dann immer das Medium Streamen und auf Twitch, aber das war halt auch in den letzten Monaten so, da hat man mal drei, vier Mal, wenn es hochkommt überhaupt, im Monat gestreamt. Und dann hat man da natürlich auch nicht diese vertraute Connection, wie wenn man dreimal die Woche streamt, den Leuten wieder Hallo sagt und dann sagt man, ist man mal so mal in einer privaten Runde vor ein paar tausend Leuten und dann hat man so richtig Bock, mal auch so einen Talk auszupacken. Das kam nicht auf, das Gefühl. Und dann gab es nie diesen Moment, wo man sagen konnte, okay, jetzt ist es geil, mal das Thema auszupacken und wirklich offen da mit den Leuten drüber zu sprechen. Das hat sich einfach nicht ergeben und demnach gab es es auch nicht. Ich finde halt, also ich rede wie gesagt nur aus meiner Perspektive, wenn ich zum Beispiel mit dir über so Sachen spreche, ich finde es teilweise super, ich finde es halt interessant, weil wir landen an interessanten Punkten, wir haben gute Gespräche und so und ich finde, früher, wenn ich, also ich will es jetzt nicht mit früher vergleichen, weil es jetzt so klingt, früher war alles besser, aber ich zum Beispiel frage mich jetzt Folgendes, wenn ich jetzt sage, der vier oder fünf Minuten Vlog funktioniert, hast du dann manchmal den Drang etwas zu sagen und du sagst, ich kann das aber nicht sagen, weil ich habe nicht die Zeit dazu, das zu sagen oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll in diesem Format, weil deine Formate haben sich ja auch immer weiterentwickelt. Also ich fand, das finde ich zum Beispiel das Spannende und der zweite Gedanke, sorry, das ist so kompliziert, aber du bist ja gewohnt, der zweite Gedanke, der in meinem Kopf kommt, ist, ich mache wahrscheinlich andersrum den Fehler. Ich gucke viel zu sehr auf, worauf habe ich Bock und viel zu sehr auf, was wollen die Leute auch Darauf guckst du zu wenig? Ja, genau, sag ich. Also ich mache den umgekehrten Fehler. Ah ja, okay. Also ich mache den umgekehrten Fehler. Ah, so, so. Deswegen ist die Kombi aus uns so gut. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Weil du tust mich da immer, also ich finde, wir beide sind so, man hat es so gesehen. Bei mir kommt es zu kurz, bei dir kommt es zu lang. Ja, genau. Ja. Also wir sind so, du hast gemerkt, bei mir wurde es extremer einerseits mit Podcasts und so, ne, wo ich selber merke, das ist zu viel und das passt nicht und ich mache so meine Fehler und du bist extrem geworden auf deine Art und Weise und ich zum Beispiel finde, das ist ja bei uns automatisch entstanden durchs Chillen irgendwo, ich zum Beispiel finde, wenn ich jetzt vergleiche in TikTok, eine Million Klicks auf TikTok oder eine Million Klicks auf einen Vlog mit der, was es menschlich heißt, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Das ist ganz anderes. 100.000 Leute habe auf so einem alten Nico-Tim-Vlog, Realtalk, 200.000, whatever. Ich will es jetzt nicht besser oder schlechter nennen lassen, aber das ist so eine Sache, die, womit die Leute nach Hause gehen. Die Qualität des Blickwings ist eine andere. Ja, genau, also ich finde zum Beispiel so einen Vlog, den kannst du dir beim Kacken angucken, aber irgendwie, ich weiß nicht, vergisst du die irgendwie oder gut, du hast sie erlebt, aber ich zum Beispiel vergesse diesen hochfrequenten TikTok-artigen Content, wo so Highlight-View-mäßig Highlight nach Highlight kommt, ich vergesse das übel schnell. Nehmen wir mal ein Extrembeispiel, nehmen wir mal nicht einen Vlog von mir, sondern nehmen wir mal ein Video von Professor Dr. Rieck. Ja. Okay? So, da ist ein Klick, genauso wie ein Klick auf einen TikTok. Aber diese Klicks sind so unterschiedlich, weil dieser Typ, Und was für dein Leben heißt. Dieser Typ, der sich 30 Minuten lang Professor Dr. Rieck-Talk gegeben hat, sich Gedanken gemacht hat, dann noch einen Kommentar verfasst hat, wie er sich zu dem Thema Gedanken gemacht hat, ist genau der, also wird genauso als ein View gewertet wie so ein TikTok, was ich kurz angucke, denke, aha, und scroll weiter. Und das ist halt, das ist die gleiche Einheit, wobei man es eigentlich ganz anders messen müsste, weißt du, was ich meine? Weil der Typ, der da halt diesen halben Stunden Talk mitnimmt, und sich Gedanken dazu gemacht hat, das ist eine ganz andere, erstmal ein ganz anderer Zeitaufwand und auch ein ganz anderer Konsum. Das prägt dich auch viel mehr. Ganz anders. Aber findest du, und das finde ich so, also was ich dir sagen will, ist, ich finde zum Beispiel diesen, ich sag mal, die Viralität deines Contents ist witzig und du als Charakter auch das Baba. Ich finde nur, ich will jetzt nicht jetzt sagen, wie du dein Content machen sollst, ich will nur sagen, ich persönlich finde es manchmal schade, dass du als Mensch einfach weniger geworden bist, weil diese deepen menschlichen Connections, Alter, das ist krass, also mit wie vielen Leuten mit dir aufgewachsen sind, auch durch deine Struggles inspiriert worden sind, deine Sichtweise auf die Dinge gesehen haben, bei Sachen, die jetzt vielleicht nicht super viral sind, aber die schon so einen Unterschied gemacht haben. Und das ist, gut, ich sag mir nur, ich wünsche mir manchmal nur ein bisschen mehr, sag ich mal, diese Nähe, ob das jetzt das Kind ist, ob es deine Freundin ist, so diese klassischen, so ey, ich hab was, worüber ich reden will mit meiner Community, diese Intimität, weil so, da hab ich manchmal das Gefühl, man entfernt sich oder distanziert sich, das war für mich zum Beispiel die schlimmste Erkenntnis, die ich hatte durch Podcasts, ich hab das auch durch Podcasts gemerkt, ich hab gemerkt, ich verlieh die Verbindung zu den Leuten, deswegen will ich ja jetzt auch streamen, weil ich früher dieses, ich hab's geliebt, wenn wir beiden zum Beispiel, keine Ahnung, Bro, du weißt, wie viel ich gekifft hab, und dann reden wir über das Kiffen, dann setzen wir uns hin und machen einen Real Talk über das Kiffen oder so, so irgendwelche Sachen, also wir haben so viel eigentlich auch interessante Sachen zu erzählen, also eigentlich passiert hier mehr Interessantes, als dass wir reden können, so pro Tag, also bei dir, bei mir, hier, zwischen allem, und ich denk mir halt so, keine Ahnung, das soll sich jetzt nicht so anhören als Aufforderung, so sei mal mehr du selbst oder mach mal so und so, aber ich persönlich find es so voll, ich find es auch übel selten auf YouTube, ich hab so das Gefühl, dass Leute dann irgendwie denken, sie müssen es, und es geht für mich auch einher zu diesem, dieses Angst, sich rechtfertigen zu müssen, weil ich zum Beispiel denk mir so, Bro, ganz ehrlich, auch wenn ich in Twitch-Streams bin, weil ich bin da asozial ehrlich, ist mir scheißegal, wenn jetzt zum Beispiel 50 Leute kommen, 100 Leute kommen, weil ich da gewisse, weil ich halt Sachen gesagt hab, so, die sehr explicit waren, hab ich gesagt, Digga, wenn es irgendjemand abfuckt, wie ich rede, und der denkt, dass es irgendwie böswillig ist, dass man sich wegen so einer Scheiße canceln muss, die sollen einfach mein Content nicht gucken und Punkt aus Ende, aber wenn ich mich jetzt anfange anzupassen, vor den Leuten, wo ich Angst habe, dass sie mich kritisieren, weil ich groß genug bin, weil ich Angst habe, dass eine Negativ-Schlagzeile in der Bild-Zeitung auf einmal steht, dann bin ich nicht mehr ich selbst. Das ist ja, Social Media ist ja, dass wir irgendwo Freunde sind und dass du mit einer Community einfach ungefiltert sprichst und dann mache ich lieber mal auf 10 Aussagen mal einen Fehler oder Ruder zurück oder irgendwas, aber dafür bin ich authentisch und ehrlich, aber sonst fängst du an, dir bei jedem Cut über Gedanken zu machen, wie kommt das an, welche Kinder ruiniere ich heute, wie kommt, also so, weißt du, und ich finde das zum Beispiel, das fickt dich als Mensch, weil du nur noch in einem Modus lebst, egal was ich mache, es ist falsch und es wird nur noch kritisiert und ich habe manchmal das Gefühl bei dir, weil du hast mich aus dieser Denke rausgeholt damals, weil ich war immer in dieser Denke drin und du hast mir gesagt, so Digga, mach dich mal locker so, das ist cool, was du sagst und ich habe jetzt manchmal das Gefühl, dass du so einen fetten Druck hast, du bist hier Inhaber von einem Unternehmen, was super viele Leute hat und übel krass viel Shit macht, du hast ein Kind, was kommt, du bist eine der bekanntesten YouTube-Persönlichkeiten Deutschlands, auch über eine gigantische lange Zeit, hast dich immer wieder neu erfunden, wir wurden abgezeugt, man will dann noch irgendwie jetzt endlich mal so viel Geld machen, dass man seiner Familie was Gutes tun kann, dass man selber weiß, ey, man muss nicht danach irgendwo, keine Ahnung, am Band arbeiten oder sowas und einfach ein sicheres Leben finden und dieser ganze Druck lastet auf dir und du willst keinen Fehler machen und jetzt hast du noch eine Freundin und ich spüre das und ich sehe das, aber was ich schade finde ist, nicht auf so winselige Art und Weise, aber ich finde es voll interessant zu sehen, wie du damit umgehst und dass auch das manchmal ein Teil ist von Nico, von dir, von deinem Leben, von, weißt du was ich meine? Ja. Weil ich finde es krass inspirierend, sage ich dir ehrlich. Ja, den perfekten Umgang habe ich damit bestimmt noch nicht gefunden, so, aber ich probiere es und klar, darüber zu reden hilft immer. Es ist immer gut, mit Leuten darüber zu reden, aber auch da bin ich mir sicher, dass ich das gehandelt bekommen werde, aber aktuell ist halt noch so ein bisschen Ungewissheit und deswegen habe ich ein bisschen auch Probleme damit, so richtig offen darüber zu reden, aber ich bin mir sicher, es wird sich alles irgendwo in einem Ding fangen, wo man sagt, so ist cool. So ist nice. Auch mit dem Feiern gehen, Vlogs drehen, was erleben, sich ums Kind kümmern, sich um die Freundin kümmern, sich um die Firma kümmern. Es wird alles irgendwo, wird es einen Zyklus geben, eine Möglichkeit geben, das trotzdem alles zu vereinen und trotzdem Spaß am Leben zu haben. Bin mir ganz sicher. Das gibt es auch und ich finde es auch. Auch wenn es jetzt noch nicht ganz klar ist, wie, was, wo, wann, bla bla bla. Aber ich bin da, ich probiere da einfach zu sagen, jetzt muss man da einfach mal optimistisch reingehen. Das kriegt man auch hin. Ich fühle aber den Struggle, den du hast. Das ist viel. Das ist sehr viel auf einmal. Das ist extrem viel auf einmal. Ich finde es aber auch, ich finde es auch krass, dass du da so ehrlich bist und einfach sagst, ich, ja, ich sage es dir ehrlich, es wird immer jemanden geben, der es stressiger hat als du. Deswegen. Was? Es wird immer jemanden geben, der es stressiger hat als du. Deswegen, so darf man das auch nicht denken. Wieso nicht? Nee, also man darf da halt jetzt nicht so denken, als wäre es jetzt mega schlimm oder so. Oder als würde man es jetzt nicht gehandelt bekommen. Nein, Bro, das ist nicht mega schlimm, aber guck mal, du bist in der Öffentlichkeit. Welcher Mensch redet so über sein Leben in der Öffentlichkeit? Jetzt hast du eine Sache in deinem Leben, wo du selber gar nicht weißt, wie du darüber nachdenken sollst. Ja? Wie ist es, wenn man ein Kind auf die Welt bringt, was so, ich sage mal, mit einer Partnerin, mit der man nicht zusammen ist. Einerseits schämt man sich, andererseits weiß man nicht, was man tun soll, andererseits kann das Kind dafür auch nichts, andererseits willst du einfach, du willst das Bestmögliche tun, aber gleichzeitig denkst du, dass es halt, ich kenne es doch mit meiner Freundin auch, ich habe auch das Gefühl, ich habe deswegen immer, bin ich mit keiner Frau zusammengekommen, weil ich gesagt habe, das wird mir ein Stück von meiner Persönlichkeit rausnehmen, ich muss mich anpassen. Und damit zu leben, dass du du sein kannst und deiner Verantwortung gerecht wirst, ohne jetzt, weil Bro, keiner will in dem Sinne erwachsen werden und jetzt streng und blablabla, das hat ja keiner Bock drauf. Na, ich glaube, manchmal stellt man sich, erwachsen werden auch falsch vor. Ja. So, als wäre alles übelst steif und unlustig. Und jetzt stell dir vor, sorry, dass du so machst, stell dir vor, wie viele Leute diesen Kopfhick haben, nur mit einem Kind wie du. Ja. Wie viele Leute deine Videos gucken, die dich im AMG gesehen haben, sorry, dass du so machst, gerade ich fühle mich wie so ein Kackmotivationscoach, aber wirklich, ich will nur, dass du diesen Punkt verstehst. Ähm, wie viele Leute deine Videos gucken von seit 10 Jahren, von du Missgeburt, jo, wahrscheinlich und so weiter und so fort, alles mitbekommen haben bis hier heute hin und jetzt anfangen selber ihre Kinder zu bekommen. Und die gucken dein Content und die haben dieselben Struggles wie du. Und dann hörst du Kommentare von denen, verstehst du, was ich meine? das ist richtig krass inspirierend, weil das finde ich das Allerschönste an deinen Vlogs ist, Bro, irgendwann, wir werden da sitzen, hoffentlich, wenn wir 80 sind, mit all den Leuten, die wir mögen und da haben wollen und wir werden uns die Sachen angucken und wir haben, ist wie ein Tagebuch aus unserem Leben. Und das ist ein Lebensabschnitt, der hart ist, aber du hast wie ein Tutorial für andere Leute vielleicht sogar hinbekommen, indem sie dir helfen durch Streamen, wie du es hinbekommen hast, eine Firma im Griff zu haben mit fast 50 Leuten heute durch alle möglichen Scheiße, die passiert ist, richtig krasse Sachen hinzubringen, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, das gut zu erziehen, genügend da zu sein, neu zu definieren, was es heißt, ein erwachsener Mensch zu sein, der Spaß hat am Leben, du selbst zu bleiben, seinen Humor nicht zu verlieren, eine glückliche Freundin zu haben, das zu integrieren, eine schöne Familie aufzubauen, auch unter Umständen, die hart sind, Bro, ich bin auch mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, mach dir keine Sorgen, so falsch bin ich auch nicht rausgekommen und all diese Sachen und das hinzubekommen und zu meistern und dass du Nico bleibst und immer noch einfach so bist, wie du sein willst, Bro, ich sag dir, das ist der größte Segen überhaupt, also, ja, keine Ahnung, sorry, dass ich jetzt hier so mit dir rede, wie so ein Motivationscoach, aber das ist, weil das tut mir dann in der Seele weh, wenn ich, weil ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, mehr Urlaub ist besserer Content, aber das ist, das ist der Change, den du hast bei den Leuten und ich sag dir, jemanden zum Lachen zu bringen und Hoffnung zu geben, der im selben Scheiß drinsteckt wie du, glaub mir, das ist richtig viel wert, das ist richtig viel wert. Stimmt. Ne, ja, stimmt. Du kannst auch Hauptsinn, musst du ihn jetzt nicht ernst nehmen. Ich weiß, dass du es ernst nimmst. das stimmt, auf jeden Fall, das ist richtig, aber ich brauche die Situation erst mal vor mir und dann kann ich auch etwas lockerer damit werden. Mit Elefterios? Elefterios, ja. Nikos, wir haben Ding gemacht, wir haben Nikos Sohn schon Namen gegeben. Darfst du in Elefterios nennen? Leute, es ist ein gutes Ende, es ist ein gutes Ende, ja. Ne, auf jeden Fall. Ich, ich bin guter Dinge, dass es alles, dass es alles gut wird, dass es alles gut klappt. Mit allen Parteien. Und, eine Sache will ich noch kurz sagen zum Schluss. Und dieser eine Mensch, den du wirklich motivierst und dem du hilfst, glaub mir, der wiegt sehr viel mehr als die 10 oder 100 Hater-Touristen, die kommen und sagen, öh, der macht das, öh, das geht besser, öh, das geht Ding. Weil, ich sag mal so, bei Witz und man selbst sein, kann man nichts falsch machen. Aber jetzt mit Verantwortung in tausend Bereichen ist es immer schnell so, ah, wie, so kann man doch nicht mit dem Kind. Auf einmal weiß jeder besser. Ja. Aber Bro, glaub mir, das ist Bullshit. Da werde ich sowieso mein Ding machen. Aber das ist auch eine Sache, das ergibt sich mit den Jahren, wie man sein Kind erzieht. Man erzieht es sowieso so, wie man das selber für richtig hält. Ja. Das ist ja eine, eine Regelmäßigkeit und die kristallisiert sich sowieso immer mit dem heraus, was du dem Kind auch beibringen willst und so. Okay, ich glaube, wir setzen hier den Schlusspunkt, oder? Freunde, die nächste Folge wird dann sein, da werde ich mit Nico, also falls ihr Bock habt, dass wir dieses Format weiterführen und dass wir in der nächsten Folge den genauen Zeugungsprozess von Elefterius hier einmal aus Nikos gedanklicher Schallet den Daumen im linken Arschloch, im linken oberen Arschloch rein. Okay, Freunde, also danke fürs Angucken bis hierhin. Ich bin gespannt drauf zu lesen, was ihr davon haltet und wenn ihr Bock habt, dass Nico und ich wieder warm werden in den Realtalks geben zusammen, dann sehen wir uns bald. Lass uns mal wieder warm werden, Leute. Ich ist warm. Also Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt, danke Tim für die Einladung. Es war mal wieder ein sehr geiler Talk heute. Wir sehen uns dann im nächsten Erziehungskunde Talk mit Tim Elefterius.